dann probiere ich jetzt einmal etwas Amos Oh das ist wie das Team-Dynamos Hm? Oh das ist wie das Team-Dynamos Oh die hab ich glaub mal gemacht Yippie Aber ich hab jetzt mal 5 von diesen Lava-Dynamos gemacht Äh hab schon gesehen Wir wollen ne Kaktus-Farm unbedingt Wie geht die? Ich hab noch nie ne Kaktus-Farm gemacht Ja aber wie geht ne Kaktus-Farm? W-W-W-W-W-W-Wachsen-Wachsen die dann einfach wenn du die platzierst oder? Ja Ja okay Hey ich hab noch nie ne Kaktus-Farm gemacht also ja Ich werd schon aus ne Kaktus-Farm zum Leben gehörst Ich werd schon aus ne Kaktus wachsen Hm hm weiss ich nicht Vielleicht weckst du dann nebendran oder? Keiner. Patti denkt sich so, holy fuck. Manchmal frage ich mich echt, was deine Mutter bei deiner Geburt gedacht hat. Raus damit! Ja, stehst du da dafür. Normalerweise... ...must du jetzt laufen. Ich habe den Schalter vergessen. Ahem. Ein Hebel. Platziere ihn. Ein bisschen Kaktus. Grün. Oh ja. Oh, da hört... Oh, scheiße, da hört die Wüste schon wieder auf. Wie der Sound ist von Kaktus. Es hört sich irgendwie Wolle. Okay. Jetzt wird's... Und ganz viele Kabel. Und einen Weg darüber. Und da noch verdrücken. Und dann... Und du gehst ja alles weiter, es geht aus Erde. Hm. Und dann... Und dann... Und dann... Und so. Oh Gott, du hast hier Karten gelegt. Ich war schon hier voll im Schiss. Besser wenn, natürlich. Echt? Lustig hier gerade wenig. Bei mir nicht. Ja, wie gesagt, wir versuchen das auch jetzt auf dem Heiko-Server. Heiko... Ich weiß ja nicht, also... Nitrador hat ja eigentlich gute Server. So. Ähm... Geht. Ja, zumindest von der Hardware her. Ja, gut, kann ich schon. Und von der Internetanwendung kann ich eigentlich auch nichts sagen. Könnten... Deshalb sind das... Könnten das eigentlich keine, ähm... Internet-Lags sein, Sondern das sind dann irgendwie... Ich glaube eher, dass es Lags sind, die halt von Tech-It kommen. Weil... Weil da Tech-It auch extrem viele Mods sind aneinander. WTF... Warum? Ach, bist du nicht fix? Jetzt zeig mal, was du da gemacht hast. WTF... Und die Engine zerreißt gleich. Und was zerreißt gleich? Die Engine hier. Welche hast du? Komm, komm schon her. Raus. Ich bin... Ich bin da. Raus. Da wo? Ich seh dich nicht. Ich komm grad vom Portal aus. Wo bist du bist? Wo bist du bist? Ah, ja, ich komm. Ich komm. Gibt aber, wie die abgeht. Geh weg, geh weg. Jetzt... Die explodiert jetzt. Wo ist der Fischer? Ach, das ist nicht wahr. Oh, sorry. Jetzt kann ich mal ausfahren. Hast du das mit Absicht gemacht? Nein! Hier. Äh... War die Charcoal von dir? Ja. Kann ich grad immer machen. Warum hast du dir Charcoal gemacht? Oder darum. What the shit? Ruhe. Dann nehme ich die Energie von dort. Hierher mit. Du 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 du. Na. Oh, 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 oh. Dann sind wir nach Autorostome. Pfff. condo. Kitted, du hast mir mein Bogen nicht wiedergegeben? So, auch. Ach, wäre doch globale. Und meine Pfeile? Da waren keine Pfeile... Scheiße. Hab ich die ja vergessen? Eine... Jetzt sind wir nur noch fünf. Und ich bin wieder Level 1. Ich bin schon Level 4. Alter, regt mich der Netter auf. Wo ist die Fische hin? Ich bin eingesammelt. Ich habe, ja. Ich bin schon. Okay, gut, okay. So. 18. Wie macht man das normal? Ah, okay. Ach so, Fliegel. So, da da. Und da da. Und da da. Und da da. Jetzt geh weg, Alter. Du scheiß Fliegel. Ah, es wird ein Stück und ein Taktus. Warte mal kurz. Wie dumm. Warum macht der Fische nichts? Fuck, mein Dachfenster war leicht offen. Warum produziert der Fische nichts? Frag mich nicht. Ruhig, Alter. Ne oder nee? Hm? Warum produziert der nichts? Weiß ich nicht. Dann schau es dir mal an. Warum macht der es nicht? Ja, warte. Warte, warte. Dann muss ich den Dank für's lassen. Komm, bitte. Komm, bitte. Hi, coming. So. Ähm. Was ist denn die I-I-D-L-E? Ne Ahnung. Da gibt's ja mal die Wahl. Wer macht jetzt? Ja, ähm. Ähm. Warum hast du meinen Weizen abgebaut? Allerzombie zu sein. Okay, warte. Ich glaub, dass da, dass da...